Ich bin auf der Suche nach dem Turm der Weisheit. Da sind irgendwie alle auf der Suche nach. Es ist ein legendärer Turm irgendwo auf dieser Welt. Ich habe diese Region abgesucht, aber noch nicht mal eine Tür gefunden. Muss ich irgendwas Bestimmtes tun? Hey, hey! Hier liegen bestimmt tolle Schätze auch herum. Was ist denn das? Warum kann ich denn da nicht... Was ist das im Hintergrund, oder was? Habe ich noch so ein Sandwich? Ne. Das war ein Kartoffelsandwich, ne? Das ist natürlich doof. Oder kann man das schieben, weil das sieht irgendwie so versetzt aus. Haha, the more you know. Ich springe nach Donglin. Fertig. Es ist trotzdem im Hintergrund. Glaube ich. Was ist, wenn ich da jetzt nochmal draufgehe? Ja gut, ich kann das jetzt nicht benutzen, weil ich habe halt den Lachkrampf. Und anders komme ich hier auch nicht rein, aber ich habe das halt geschafft, ne? Ich habe zwar nicht die Belohnung dafür bekommen. Die Musik spratzelt wieder ab. Da war aber noch was. Ich hoffe mal, dass es so einer war. Hier war doch hier... Hier vorne war doch noch eine Tür, oder nicht? Oder war das eine Geistertür? Warum ist er unten überhaupt... Das ist bestimmt nur ein Verbindungsstück. Von wegen, ja, wir machen hier alles physikalisch richtig. Wie komme ich denn da hin? Dann heile ich erst mal, äh... Dann heile ich das erst mal. Okay. Dann heile ich das jetzt erst mal. Und dann... Weil da oben war ja... Null. Oh Gott, ob das was gibt. Das ist doch Katastrophe hier. Okay. 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 Das ist ganz schön dumm. Boah. Ne, andere Richtung. Oh man, ich denke immer, ich muss schwingen, aber das macht der von selbst. Ja, andere Richtung, mein Gott. Wie dumm. Nur weil er dagegen gekommen ist. Das wäre ganz cool, wenn ich da drauf kommen würde. Ja. Sehr gut. Zieh dich. Geh weg. Egal, lass mich alle in Ruhe. Da sind die anderen. So. Okay. Falsche Richtung. Mal wieder. Weil da war noch ein Haus. Da meine ich mich noch dran erinnern zu können. Oh. 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 Ah, da ist ein Glühmchen. Ah, die müssen mir die Glühmwärmchen geben. Was ist denn mit euch los? Ich will ja nicht misstrauisch sein, aber was macht ihr denn da? Hm, es mag nicht so aussehen, aber wir sind fleißige Forscher. Wir, also du, Schneeglühwürmchen erforschen, muss Spaß machen. Aber du, das Kleinste von allen, es sieht anders aus, musst das mal erkunden. Oh, äh, nur ein Spaß. Eigentlich bin ich nur an Schneeglühwürmchen interessiert. Mein Gott, ist das ein Wort. Du siehst nicht wie ein Waldbewohner aus. Wenn ihr unterwegs Schneeglühwürmchen seht, sagt uns bitte Bescheid. Ihr habt Schneeglühwürmchen? Kriege ich sie? Noch mehr Käfer, 15. Hm, schön, aber wir wollen mehr. Wir brauchen noch mehr. Bitte seid lieb. Brauche ich 15 oder habe ich 15? Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ähm, da hinten hin, wo wir vorher auch schon waren. Wie kann man denn da hin? Ah, da musste man einen Traurigen haben. Warum verwandelst du dich? Wenn nicht, nehme ich den hier unten. Der ist nämlich gerade traurig. Bäh! Scheiße! Okay. Möchte ich jetzt nicht haben. So. Also mach du mal. Bleiben wir so oder lassen? Ich glaube, ich nehme den mit. Das war jetzt wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Man hört es vielleicht klopfen. Okay, da ist eine Leiter. Kann man da hoch? Nee. Kann nur nach unten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Handwerker. Ich weiß nicht, wofür dieser Raum gut sein soll. Ähm. Müssen wir das noch aktivieren hier? Ich weiß nicht, wofür diese Dinger da sind. Ah, wir sind zu unten. Ach du dummer Hurenficker. Ja. Wow. Wo kommst du denn her? Oh, das ist nicht schön hier. Warum liegt dein Blatt? Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll böse. Natürlich. Na gut. Was ist das? Das ist voll böse. Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist voll böse. Das ist voll böse. Das ist voll böse. Maschine bewacht, Schatz. Das Lustige ist, das Geräusch des... Ist das eine Falle? Das ist eine Falle, das ist ja der Wahnsinn. Eine Raupe. Kartoffelkäferfutter füttern. Ich habe keine Kartoffeln mehr, oder? Habe ich Kartoffeln? Aber die Kartoffeln fressen... äh, Kartoffelkäfer... Oh! Die fressen... Kartoffel... Kartoffelkäfer fressen, glaube ich, gar keine Kartoffeln, sondern die Pflanze, die oben rausguckt, fressen die und dadurch gehen die eigentlichen Kartoffeln kaputt. Aber das ist jetzt auch nur wieder Halbwissen. Oh, funktioniert das nicht? Hey, wo willst du hin, kleine Käfer? Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung, mein Herr. Pass mal auf, du! Ich haue dir jetzt die Kartoffel in deinen... Ja gut, dann kriegst du halt keine Kartoffeln! Selbst schuld! Eigene Schuld, Drecksvieh, ey! Ich mag das hier nicht. So. Was ist hier? Schatzhaus. Was ist das denn? Was ist das denn?